Hallöchen und herzlich willkommen zu Defemeremba, deiner täglichen Ephemera-Inspiration im Dezember. Ich bin Luise Heinzel und gemeinsam mit 49 Dragonflies zeige ich dir verschiedene Ideen für selbstgemachtes Junk-Juddle-Ephemera. Heute steht auf unserer Prompt-Liste Eisblume und Zahl oder Satz. Ich habe mich entschieden, eine besondere Eisblume zu machen, mithilfe dieser Tim Holtz Die Cuts. Hier oben seht ihr auch die Nummer, falls ihr euch die selber bestellen wollt. Die sind sehr, sehr vielseitig und befinden sich niegelnagelneu in meinem Besitz. Deswegen musste ich direkt etwas damit ausprobieren und deswegen habe ich sie auch direkt hier verwendet. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt so neue Sachen und dann könnt ihr nicht abwarten und müsst das gleich ausprobieren. Ich möchte diese bereits aus schwarzem Scrapbooking-Papier ausgestannten Blumen jetzt ein bisschen embossen. Dafür nehme ich mir hier mein Embossing-Stempelkissen und dippe diese Blüte nur an den Rändern so ein ganz kleines bisschen da ein, sodass es da halt klebrig wird. Und dann tunke ich das direkt in dieses Döschen mit dem Embossing-Pulver rein. Und mit dem Finger versuche ich das dann noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ungleichmäßig zu verteilen, da wo es eben klebrig ist, damit diese Stellen nicht so eine gerade Kante oder sowas kriegen. Ich versuche das so unregelmäßig wie möglich hinzukriegen und dann klopfe ich das überschüssige Pulver einfach wieder ab und mache das mit den anderen Blütenteilchen auch noch so. Jetzt denkt man sich vielleicht, ja, was redet die jetzt da eigentlich über Eisblume? Eine Eisblume ist ja eigentlich etwas anderes, ne? Also das sind ja eigentlich diese kleinen frostigen Dinger, die da so am Fenster, in Anführungsstrichen, wachsen im Winter. Aber ich möchte gerne hier versuchen, eine andere Interpretation von Eisblume hinzubekommen und euch damit auch zeigen, insbesondere dann, wenn ihr Anfänger seid, dass man auch die Dinge ganz anders interpretieren kann. Und genau so eben, wie man das gerne möchte und wie einem das gerade in den Sinn kommt und die Materialien, die man hat, das auch hergeben. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel keine Idee gefunden, wie ich eine stinknormale Eisblume machen kann. Also, ne, bevor ich da aufgebe, denke ich mir doch was anderes aus. Gerade wenn du Anfänger bist im Bereich Junk Journaling und vielleicht über diese Serie hier durch Zufall gestoßen bist oder so, dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Mission ist ja eigentlich so die, Wege zu finden, die vielleicht nicht so normal sind. So ein Junk Journal ist ja auch kein Otto-Normal-Notizbuch mit weißen Seiten und, äh, ne, ist ja ein bisschen anders. Und deswegen versuche ich auch hier in dieser Serie und generell auf meinem Kanal Ideen zu zeigen, wie man Dinge auch ein bisschen anders, vielleicht auch sogar kreativer umsetzen kann, als man das vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Nachdem das Embossing-Pulver da aufgetragen ist, muss ich das Ganze natürlich noch schmelzen. Das mache ich mithilfe meines Embossing-Föhns, das ist so ein ganz stinknormaler Heißluftfön. Wenn ihr das nachmachen wollt und ihr habt auch solche kleinen Teile, passt bitte auf, dass ihr euch da nicht die Finger verbrennt. Am besten mit einer Pinzette festhalten, denn man muss ja relativ nah an das Material heran mit dem Heißluftfön und da ist die Gefahr bei so kleinen Teilen relativ groß, dass man sich da die Flossen verbrennt. Hier benutze ich jetzt so ein kleines Schaumstoffteil, so eine Unterlage und dieses Dotting-Tool, um das Ganze etwas dreidimensionaler zu gestalten. Wenn man mit diesem Ding da, mit diesem runden Kopf in der Mitte der Blume so ein bisschen hin und her schrubbelt, also so kreisende Bewegungen einfach machen, dann wird das Ganze zu den Seiten so hochgewölbt und später, wenn man diese Blüte zusammengesetzt hat, dann schaut das Ganze ganz schön dreidimensional aus. Auf den ersten Blick könnte man meinen, oh, für so ein Junk-Journal vielleicht nicht so gut geeignet, weil wenn das zwischen zwei Seiten ist, vielleicht ist das dann zu dick oder so. Dieses wird sich später höchstwahrscheinlich noch so ein bisschen zusammenpressen und auf der Seite selbst, wenn du das Journal in Benutzung hast, nicht ganz so dreidimensional mehr sein, wie es jetzt hier ist. Nichtsdestotrotz mag ich diese verschiedenen Lagen einfach von diesen Blümchen und da ist das nicht so schlimm, wie das so ein bisschen plattgequetscht ist. Wenn man das auf so einer Mixed-Media-Karte benutzen will, die man sich später an die Wand hängt, dann ist das natürlich was anderes, dann bleibt das dreidimensionaler, aber Junk-Journaler sind, ne, hier, ihr wisst schon, MacGyver und so. So, da muss man sich ein bisschen zu helfen wissen, dass das Ganze später funktioniert. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Ich möchte diese Blümchen übrigens auf eine Journaling-Karte aufbringen. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit davon, dass ich die in mein Junk-Journal tun will. Kann man natürlich auch auf andere Art und Weise in dem Junk-Journal befestigen, aber ich mache heute eine Journaling-Karte. Ich bin ein bisschen konfus offenbar, weil das hätte man ja vielleicht auch am Anfang mal sagen können. So, kleben wir den ganzen Kladderadatsch hier mal zusammen. Dafür benutze ich jetzt Buchbindeleim. Den habe ich mir in so eine kleine Spritztube da eingefüllt, damit ich den relativ punktuell und klein mit kleiner Dosierung da auftragen kann. Denn ich möchte natürlich jetzt nicht, dass der Kleber da an den Seiten raus sich drückt. Und Buchbindeleim klebt natürlich auch verhältnismäßig gut. Das trocknet sehr schnell und das hält hinterher bombenfest zusammen. Insbesondere dann, wenn du so eine Journaling-Karte mit so dreidimensionalen Blumen hast und du willst die in eine Tasche reinstecken und die da wieder rausnehmen und so weiter und du bleibst vielleicht mal irgendwo hängen mit der Blume, willst ja nicht, dass das Ganze wieder auseinanderfällt. Deswegen immer darauf achten, starken Kleber benutzen und nicht in etwa auf die Idee kommen, das mit einem Prittstift kleben zu wollen oder sowas in der Art. Man kann dann auch dieses Dotting-Tool da benutzen, um da in der Mitte nochmal so richtig drauf zu pressen, dass das wirklich richtig gut zusammenhält und diese Blüte weiterhin dreidimensional bleibt. Jetzt habe ich gedacht, dieses Embossing-Pulver, das kommt wesentlich weißer raus, als es jetzt hier ist. Dieses schaut jetzt sehr gelblich aus und das habe ich vorher so nicht erwartet. Deswegen versuche ich jetzt, diesen Frost-Effekt auf diese Blume zu kriegen und die einfach viel, viel winterlicher aussehen zu lassen. Da hilft natürlich Blau ganz gut, was ich hier gerade versuche und ich habe hier dieses Perfect Pearls Puder verwendet, was ich im Laufe dieser Defemoremba-Reihe jetzt, ja, wie soll ich sagen, zum ersten Mal eigentlich ausprobiert habe an verschiedenen Projekten und wie man hier sieht, einige von euch lachen, sicher ist es wahrscheinlich schon kaputt, mache ich das hier gerade falsch. Ich habe gedacht, ich könnte einen kleinen blauen Schimmer auf meine Blume bekommen, indem ich mit einem trockenen Pinsel dieses Pulver da so drauf rubble und das so ein bisschen einmassiere. Das geht aber natürlich nicht. Ich habe das zu dem Zeitpunkt aber nicht gewusst und habe auch nicht so recht gewusst, wie ich dieses Pulver verwenden muss. Deswegen fummel ich mir da gerade einen ab. Ich habe das aber trotzdem jetzt in diesem Video drin gelassen und das nicht rausgeschnitten, weil ich gerne möchte, dass ihr seht, dass solche Dinge einfach passieren können und das auch beim Junk-Journaling immer das große Thema ist, ich muss das ausprobieren. Manchmal sieht man irgendwelche Dinge, wo man denkt, boah, das schaut ja voll schön aus. Oder da gibt es jetzt, wie dieses zum Beispiel, so ein cooles Pulver. Ja, was könnte man damit wohl machen? Die Farbe gefällt mir gut. Ich mag vielleicht jetzt hier so einen Schimmer drauf haben. Also kaufe ich mir das mal. Dann kommt es aber vor, dass das in deinem Regal irgendwo steht, weil du vielleicht gar nicht weißt, wie du das verwenden sollst und du endest möglicherweise damit, dass du es dann nie benutzt oder wieder verkaufst oder verschenkst und du hast dann vielleicht den Spaß verpasst, den man damit haben könnte. Wenn man mal drauf gekommen ist, dass man auch dieses Pulver hier mit einem Embossing-Stempelkissen verwenden soll, dann hat man schon einen wesentlich leichteren Job und ein besseres Ergebnis, wie man hier sieht. Dieses Pulver haftet jetzt auf diesem klebrigen Medium von diesem Embossing-Stempelkissen und ich mache das jetzt genauso wie vorher, auch mit einem trockenen Pinsel so auftragen und das, was nicht kleben bleibt, das schubse ich mir gleich wieder in diesen kleinen Container, sodass das nicht verschwendet ist und das dann nicht irgendwie so lose auf dieser Blüte draufliegen kann. Und so kriege ich jetzt auf meine Blüten so einen richtig coolen winterlichen Blauton. Auch das habe ich relativ ungleichmäßig gemacht, aber so, dass man es besser sieht als dieses Embossing-Pulver. Also dieses gelbliche rückt dadurch so ein bisschen in den Hintergrund. Apropos Hintergrund, wir brauchen einen Hintergrund für unsere Karte. Dafür nehme ich jetzt hier so ein schwarzes Scrapbooking-Papier und dieses hier. Das hier ist mein selbstgemachtes Ledger-Paper. Das habt ihr in einem anderen Video dieser Defemaramba-Reihe gesehen. Und das hier ist diese Kopie, die so bläulich geworden ist. Ich weiß zwar nicht, warum ein Kopierer mir das so kopiert hat, wenn ihr das Original gesehen habt. Ihr wisst, da habe ich euch das in dem anderen Video schon erzählt. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Aber für dieses Projekt ist das jetzt perfekt geeignet, denn dieser Riss da drin, der schaut so aus wie so ein winterlicher Berg oder sowas. Ich schneide jetzt hier drumherum erstmal die Teile ab, die nach Ledger-Paper aussehen, denn ich möchte jetzt dieses quasi zweckentfremden. Ich möchte nicht, dass man später sieht, dass das mal ein Ledger-Paper war. Könnte man natürlich auch machen, aber für dieses Projekt ist mir das jetzt irgendwie unpassend erschienen. Zuerst habe ich gedacht, ich möchte eine quadratische Karte machen, aber wie ihr schon seht, sind die Proportionen da jetzt irgendwie so ein bisschen grenzwertig. Diese rote Linie da, die will ich da nicht haben. Das heißt also, die Karte muss schmaler werden und da geht sich kein Quadrat mehr aus, wenn ich die ganzen Blüten da drauf machen will. Deshalb habe ich mich umentschieden und mache jetzt ein Rechteck. Das habe ich mir jetzt mal so grob angezeichnet. Dieses und dann eben mit der Schneidemaschine geschnitten. Dieses schwarze Ding ist jetzt etwas größer als das andere Papier. Und jetzt reiße ich das hier mal so ab. Ich möchte jetzt gerne, dass ein Teil der Karte schwarz ist und auf der linken Seite und eben oben und unten da so, ne, auf dem Teil, dass man da wie so einen Rand sozusagen von dem Schwarzen drumherum sieht. Das sind ungefähr, keine Ahnung, drei, vier Millimeter oder sowas, was das da übersteht. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Das kann man ja machen, wie man möchte. Jetzt lege ich mir das hier probehalber schon mal so drauf, nur um zu sehen, wie groß dieser Papier, dieser Ledger-Paper-Papier-Teil da jetzt sein muss. Und irgendwie hat das da jetzt so einen Bauch, der mir nicht so wahnsinnig gut gefällt. Hier wäre zwischendurch mal der nächste Buchstabe für das Gewinnspiel. Alle Informationen zum Gewinnspiel befinden sich unten in der Infobox. Und dann habe ich überlegt, irgendwie schaut das komisch aus. Das hat keinen Schwerpunkt, dieses Stück Papier. Jetzt nehme ich mir hier einfach die Platte von meiner Die-Cut-Maschine einfach als Reißhilfe. Man könnte da natürlich auch ein Lineal verwenden oder das so schon von vornherein gescheit reißen. Das wäre jetzt auch mal so eine Alternative, dass man sich das vorher überlegt. Jetzt ist das eher so ein bisschen wie so ein Berg. Und das fällt jetzt besser ab, als es vorher war. Also mit diesem komischen Bauch da dran. Das sah ja wirklich ein bisschen eigenartig aus. Auf dieses Schwarze spritze ich jetzt ein bisschen mit Wasser vermischtes Gesso, sodass ich wie so einen kleinen Schneesturm da hinten hinkriege. Und dieses habe ich jetzt mit meinem Heißluftfön getrocknet. Man kann das natürlich auch lufttrocknen lassen. Wenn du Anfänger bist, dann ist dir das vielleicht nicht bewusst. Probier das mal aus. weißes Gesso zu spritzen und dann, also nimmst du am besten zwei gleiche Papierchen, spritzt das da drauf. Eins fönst du dann und das andere lässt du lufttrocknen. Und dann guckst du mal, wie das aussieht. Das gibt nämlich ein komplett verschiedenes Ergebnis. Und dieses hier wäre jetzt, wie gesagt, das mit dem Föhn getrocknete. Wenn man es lufttrocknen lässt, wird das Ganze wesentlich intensiver. Das Gesso bleibt etwas weißlicher. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich weiß nicht, wenn man Anfänger ist, dann weiß man das vielleicht nicht unbedingt. Deswegen dachte ich, ich erwähne das hier mal. Kannst du mal ausprobieren, welches dir besser gefällt. Um das Ganze etwas mehr Vintage aussehen zu lassen und gleichzeitig etwas Wärme in diese Karte zu bringen, habe ich jetzt hier die Ecken von diesem Papierchen noch Distressed. Dafür habe ich Distress Oxide Ink Vintage-Foto genommen. Man könnte das natürlich auch mit zum Beispiel Wasserfarbe machen. Vorsichtig da mit einem Pinsel oder mit einem Schwämmchen würde noch besser funktionieren. Auftragen auf diese Kante. Man kann auch sich ein bisschen Kaffee nehmen und die Kanten von diesem Papier einfach in den Kaffee eintunken. Diese drei Varianten geben natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Das wird nicht alles gleich aussehen, logischerweise. Aber ich möchte euch natürlich auch Alternativen anbieten, falls ihr so eine Tinte nicht habt. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, wenn ihr vielleicht das Thema Junk-Journaling für euch entdeckt habt und ihr fragt euch, was könnte ich mir denn da kaufen, was macht da Sinn, sich anzuschaffen, muss ich sagen, solche Stempelkissen, egal ob es jetzt Distress Oxide Ink oder die normale Distress Ink ist, das lohnt sich auf jeden Fall, denn die braucht man immer wieder. Also dieses braune Stempelkissen da, dieses Vintage-Foto oder auch Walnut Stain ist auch eine ganz schöne Farbe zum Distressen. Ich benutze das so oft, ich wüsste gar nicht, was ich ohne das tun soll. Man kann das natürlich auch für andere Dinge verwenden, nicht nur um solche Ränder jetzt braun zu kriegen zum Beispiel. So, jetzt haben wir das hier mal aufgeklebt mit so einem Prittstift, da ich hier nichts mehr mit wasserbasierten Medien machen werde. In den nächsten Schritten reicht mir der Prittstift da aus. Wenn du da noch mit irgendwas drauf rumspritzen willst, was jetzt sehr nass ist, nimmst du lieber zum Beispiel Matt Medium oder Mod Podge, um das festzukleben, damit sich das Papier später nicht wählt. Ich möchte jetzt hier noch eine Art Rahmen drumrum machen, der etwas kleiner sein soll als diese gesamte Karte, sodass das später so aussieht wie so ein kleines abstraktes Fenster. Dafür habe ich jetzt hier mir erst mal das äußere Maß von diesem Fenster sozusagen zurechtgeschnitten. Das ist einfach ein Stück Aquarellpapier, das ein bisschen fester, sodass das später auch schön auffällt, wenn man das da drauf klebt, weil es einfach ein bisschen dicker ist. Und jetzt nehme ich mir einfach mein Cuttermesser und schneide mir das hier auf die gewünschte Breite. Einfach per Augenmaß habe ich das hier so rausgeschnitten. Und wie du siehst, schneide ich hier auf meiner Die-Cut-Unterlage, also das ist dieses Brettchen, was man durch die Die-Cut-Maschine schiebt. Und ich habe mir da, als ich das geschnitten habe, echt gedacht, ne, warum schneidet man eigentlich so oft auf irgendwelchen anderen Unterlagen? Ihr kennt vielleicht diese grünen Bastelmatten, einige von euch, weiß ich, also viele von euch haben die ja auch. Wenn man da drauf schneidet, dann kommen da ja so welche unschönen Risse, logischerweise, also von dem Messer, so Schnitze. Und mit der Zeit schaut diese Matte dann einfach nur total ätzend aus, weil wenn man da Farbe abwischt, zum Beispiel, oder Kleber abwischt, dann hat man so eine total rupselige Kack-Oberfläche auf Deutsch gesagt. Und ich frage mich, warum schneiden wir nicht alle auf so einem Ding da, auf so einem Brettchen? Das ist ja sowieso dafür gedacht. Also, ne, beim Die-Cutten wird das ja auch so zerstört. Also, ich werde definitiv diese Unterlage öfters zum Schneiden benutzen in der Zukunft. Vielleicht ist das ein kleiner Tipp für dich auch, falls du dir deine Bastelmatte nicht so zerstören willst. Das hier klebe ich jetzt mit Buchbindeleim auf, ganz einfach aus dem Grund, weil ich den in dieser kleinen Flasche da drin habe und das einfach dünner auf diesen Rahmen auftragen kann, sodass mir das jetzt beim Festdrücken nicht an den Seiten rausquetscht. Ich habe es schon öfter mal gesagt, ich würde es gerne hier nochmal sagen. Nicht jeder guckt jedes meiner Videos an. Ihr lieben Kartenbastler da draußen, das hier ist jetzt schon, würde ich sagen, so ein Kartenbastelprojekt. Es ist eher eine Karte, als dass es eine Junk-Journal-Journaling-Karte ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon. Ich habe den allergrößten Respekt vor dem, was ihr auf so kleinem Platz tut. Ihr seht, wie ich diese Blumenversuche da zu arrangieren. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die jetzt da ansortieren kann. Ich bin bald wahnsinnig geworden und ich habe den größten Respekt vor allen, die so Karten basteln und vor allen Dingen das auch so aufkleben können, dass man da keine so Kleberspuren sieht. Beim Junk-Journal-Journaling sagt man ja immer, es ist nicht so schlimm, aber ich mag das trotzdem nicht, aber das ist so schwer. Also Hut ab vor allen, die so Glückwunschkarten und solche Sachen basteln. Respekt. Unsere Promptliste sagt außerdem auch noch, wir sollen eine Zahl oder einen Satz benutzen, da habe ich mir hier dieses ausgewählt Ein Ziel ist ein Traum mit Termin das habe ich von meinem Sprüche und Wörter Printable, das findet ihr in meinem Etsy Shop, der Link ist unten in der Infobox und es gibt aktuell als kleines Goodie für euch 30% auf diesen Artikel falls ihr auch eure Junk Channel Projekte mit solchen kleinen Sprüchen versehen wollt dann könnt ihr euch das da runterladen von meinem Shop und euch das ausdrucken und benutzen. Das gibt es in drei verschiedenen Farben, in diesem braunen Ton einmal weiße Schrift auf schwarzem Grund und das gleiche nochmal umgekehrt sodass man das eben auch anpassen kann also hier erschien mir jetzt dieser braune Hintergrund wesentlich passender als jetzt zum Beispiel schwarz oder weiß dann hatte ich mich entschieden, wo dieses kleine Sprüchlein hin soll und somit war auch klar, dass die Blumen definitiv auf die linke Seite gehören mit diesem kleinen Ast. Der Ast stammt übrigens auch aus diesem Die-Cut Set von Tim Holz also ne, das ist ein Set, wo dieser Ast ist und diese Blumen. Ein paar Blättchen gibt es da auch noch die habe ich aber hier jetzt nicht verwendet sodass man jetzt hier so ein kleines cooles Arrangement draus basteln kann und hier habe ich das jetzt so gemacht dass ich die Blumen mit der untersten Lage vollständig aufgeklebt habe sodass ich die untere Lage Blätter also Blütenblätter da so richtig festdrücken kann das habe ich deshalb gemacht, weil ich das später in ein Junk Journal in eine Tasche stecken will und ich möchte keine Probleme haben das raus und rein zu tun hier wäre der nächste Buchstabe für das Gewinnspiel während uns die Blüten da mal trocknen könnte man uns den hier mal aufschreiben wie gesagt, alle Informationen befinden sich unten in der Infobox du kannst immer noch an diesem Gewinnspiel teilnehmen wie das genau geht, steht da unten geschrieben und jetzt möchte ich gerne noch ein paar so kleine Perlen in die Mitte dieser Blüten setzen das ist auch jetzt ein Grund, warum ich vorher die untere Lage komplett festgeklebt habe denn das wird ja jetzt noch ein bisschen dicker und wie gesagt ich möchte das in eine Junk Journal Tasche stecken und das auch gescheit da wieder rausholen können und es nützt mir absolut nichts wenn das jetzt da auseinander fällt nur weil es nicht richtig festgeklebt ist hier setze ich jetzt auch einen ganz kleinen Punkt Buchbindeleim in die Mitte dieser Blüte und tue dann mit meiner Pinzette dieses kleine Ding da drauf das ist einfach so eine ganz kleine stinknormale Holzperle und ich mag das ganz gerne leiden wenn das Loch von der Perle nach oben zeigt dann schaut das nochmal richtig so aus wie so ein Blütenkelch und das macht das Ganze finde ich filigraner und durch diese hellere Farbe dieser Perle meine ich jetzt poppen die Blüten auch so ein bisschen mehr raus und gleichzeitig verbinden die sich meiner Ansicht nach etwas besser mit diesem helleren Hintergrund von diesem Ledger Paper ja so das kleben wir hier fest und dann finde ich da gleich und das habe ich da schon liegen ne habe ich da schon liegen habe ich da sowas gefunden in meiner kleinen Perlendose was meine Oma mal gemacht hat fragt mich jetzt bitte nicht was das mal werden sollte meine Oma hatte manchmal so ein bisschen Probleme insbesondere als sie schon ein bisschen älter war und ja Alzheimer und solche Dinge damit ins Spiel gekommen sind hat sie manchmal Projekte angefangen wie zum Beispiel solche kleinen Perlen auf Draht aufgezwirbelt und so kleine Gebilde daraus gemacht und man hat nicht so recht gewusst was soll das mal werden und dieses habe ich mal irgendwann gefunden bei ihr ich weiß nicht genau was sie damit vorhatte jedenfalls wird mir das hier dienen um die untere größte Blüte da etwas interessanter noch zu machen und die etwas ja auch abzuheben von den anderen ich möchte dass die einfach ein bisschen verschieden aussieht das ist jetzt hier die größte dann schaut das so aus als wenn die vielleicht schon so richtig aufgeblüht ist und die anderen sind vielleicht noch so ein bisschen so Babyblumen also ja ihr wisst schon ich denke mir da manchmal etwas eigenartige Dinge aus falls ihr so ein Gewimselgebamsel da nicht habt dann könnt ihr natürlich auch einfach so einen dünnen Basteldraht nehmen und euch das da gerade so zusammenfriemeln das ist jetzt nicht wer weiß wie schwierig einfach den Draht durch die Perle durchziehen und dann so ein Dreiergebilde machen und so ein bisschen zusammenzwirbeln das kann man ja im Prinzip biegen und wenden wie man möchte so dass man dann diese Perlen innerhalb dieser Blüte fixieren kann damit man sich nicht mit dem Draht verletzen kann der jetzt hier auf der Rückseite hier raus steht klebe ich da einfach so ein kleines Stückchen Papier drüber das hier ist auch einfach so ein Überbleibsel von diesem Ledger Paper ich finde das jetzt ganz cool weil wenn ich die Rückseite benutze zum Schreiben also ne wundert euch nicht ich streiche da später wenn ich das benutze noch weißes Gesso drauf so dass ich auf der Rückseite schreiben kann dann habe ich aber gleichzeitig durch diesen Schnipsel einen Zusammenhang zu meiner Optik von der Karte vorne deswegen habe ich da einfach den gleichen Schnipsel genommen aber das kann man auch zum Beispiel mit Washi Tape oder so ganz gut dann befestigen so dass man sich da nicht verletzen kann jetzt werde ich noch ein paar Goldspritzer spritzen ich habe das ja in einigen anderen Videos auch schon gemacht und für dieses Ephemera ja gerade wenn man das so im Winter macht erschien mir das irgendwie ganz passend ihr habt das schon gesehen dass diese Ephemera Reihe eher winterlich und auf Ephemera bezogen ist aber nicht unbedingt so sehr weihnachtlich ich hatte aber trotzdem das Bedürfnis das irgendwie so ein bisschen edel auch zu machen und ihr wisst das hier ist eine Zusammenarbeit mit 49 Dragonflies also dürfen Goldspritzer nicht fehlen und ich finde das schaut auch total schön aus in Kombination mit diesem Blau und dem Weiß und diesem ja gelblich-grünlichen Embossing-Pulver schaut irgendwie ganz interessant aus ja und das ist es hier mal so schaut doch eigentlich gar nicht so übel aus oder ich hoffe es hat euch gefallen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen ich hoffe wir sehen uns morgen mit einem weiteren Prompt von unserer Liste bis dahin bleibt kreativ Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal